warum sehe ich nicht mehr so ganz klar zehn menschen gehen zum augenarzt und kommen da raus mit dem gleiche ergebnis eine brille aber so unterschiedlich wie die menschen sind so unterschiedlich sind die ursache warum sie ein augenleiden an erkennt das vielleicht selber auch wenn er lange und viel an den computer arbeitet oder wenn die kinder ganz viel lesen müssen in der schule dass die augenmuskulatur sich verkrampft auf eine bestimmte distanz und dass es schwieriger wird die andere distanzen dann auch zu fokussieren jemand anders hat vielleicht ein leberleiden und da die augen sehr damit verbunden sind als ganzheitliches system wie unsere körper ist werden auch die augen mit in mitleidenschaft genommen oder habt vielleicht auch mal gemerkt wenn ihr mal eine weile sehr wenig bewegung gemacht hat in euren körper dass alles schlapp wird so auch natürlich mit dem augen ist keine durchblutung es wird einfach nicht mehr versorgt eine schwangere frau erzählt mal dass auch ihr augenlicht schwacher geworden waren wenn die ernährung nicht stimmt nicht genügend ist für den ganzen system den ganzen körper der dann da ist wird der körper erstmal alles an den ungeborenen kind schicken und dein eigener körper wird dadurch schwach wir hatten mal ein teilnehmer im kurs der dann irgendwann mit seinem brillenrahmen aber ohne gläse kam und meinte auch wirklich klarer zu sehen aber hatte noch so viele glaubenssätze verstrickungen in sein unterbewusstsein daran dass er das erstmal auflösen müsste so dass dein körper auch glauben konnte von ohne den brillenrahmen kann ich auch klar sehen manchmal hat man auch so sein ziel verloren in seinem leben und wird irgendwie alles unklar als ob man durch einen ein nebel durchschaut das heißt auf mentale ebene aber auch auf physische ebene auf körperliche ebene wird eine unklarheit in den augen da sein und ein teilnehmer vieles wie schuppen von den augen als er feststellte es ist viel wichtiger an mein selbstwertgefühle zu arbeiten als festzuhalten an den verstrickungen an den emotionen von ereignissen die früher mit ihm passiert waren so vielseitig wie die ursachen sind für den augen so ganzheitlich geht der norbe kopf methode darauf ein um die selbstheilkräfte dein ganzem körper wieder in form zu bringen und auf basis von zehn prinzipien zehn art und von übungen machen wir das wir fangen an uns zu visualisieren vorzustellen wie was aussehen kann und fügen dazu unsere gefühle unsere gedanken dazu so dass wirklich wir im hier und jetzt und vorstellen können wie das ist wieder ganz klar zu sein wieder ganz gesund dazu sein fügen dazu noch die möglichkeit um mit wärme und angenehme frische unsere gefäße zu erweitern und wie zu stimulieren das alles wieder flexibler wird das machen wir natürlich auch mit unsere gelenk gymnastik so dass auch wirklich den ganzen körper wirklich wieder in bewegung in lebenskraft kommt das machen wir natürlich auch dann nochmals speziell mit augenübungen wo der fokus darauf ist waren ich dann ruhe auch brauche wann ich dann auch aktivität mache zusätzlich haben wir diese wunderbare übung der idiomotorische massage wo wir wirklich in unsere vorstellungskraft in alle tiefe alles durchmassieren können unser ganze lymphsystem alles wieder erneuern können und auf vordermann bringen auch so machen wir das mit der gynäkologische urologische massage wo wirklich die lebenskraft wieder hervorgerufen wird und wie ein verjüngungskur durch den ganzen körper geht wir nutzen natürlich auch reinigende entgiftende effekte durch mit den leber und mit den nieren zu arbeiten aber nicht nur auf körperliche ebene machen eine entgiftung eine reinigungseffekt bearbeiten auch mit der vergebung so dass auch emotionen da sich reinigen können auf mentale ebene und zuletzt nutzen wir natürlich unsere wunderbare übung der oktave wo wir mit den kräften die wir gesammelt haben die wir jetzt wissen die da sind mit der dankbarkeit für das leben mit der anbindung von unsere seele wirklich uns auf den weg bringen können zu unsere ziele die wirklich für uns gemeint sind und ich weiß das sind nur ganz kurze jetzt theoretische erklärungen aber ich lade dich ein auf den kostenfreien schnuppe kurs die circa zweieinhalb stunde dauert dich anzumelden wurde dann wirklich auf praktische ebene auch rein spüren kann was es heißt in diesen mit diesen technik zu arbeiten als eventuelle vorbereitung für den fünf tage workshop ich würde mich freuen dich da zu sehen deine karina bis zum nächsten mal